Das heutige Video ist eines meiner aufwändigsten Videos auf diesem Kabal, denn für dieses Video musste ich meine Wohnung aufräumen. Wenn man etwas ins Wurstbrot gemischt bekommt, ist es wirklich sehr entscheidend, in welcher Umgebung man diesen Trip dann hat. Also gewisse Beleuchtung kann schon einen sehr starken Unterschied machen. Den Unterschied, wie angenehm der Trip wird. Und daher wollte ich euch einfach mal ein bisschen durch meine Wohnung führen und zeigen, was für Einrichtungsgegenstände ich mir über die letzten Jahre gekauft habe, die wirklich jeden Trip und jede Party deutlich genießbarer machen. Also nicht nur die berauschten Partys, sondern natürlich auch, wenn man komplett nüchtern ist, kann so eine Beleuchtung für eine sehr schöne Atmosphäre sorgen. Wenn ihr dieses Video im Jahr 2021 seht, meine ich mit Party natürlich nur ein lustiges Zusammentreffen mit einem Haushalt. Und wenn ihr das Video im Jahr 2069 seht... Ihr lebt im Jahr 2069. Nice. Alle Produkte, die ich euch in diesem Video zeige, habe ich natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Eine Sache, die wirklich sehr zu empfehlen ist, ist alle Glühbirnen auszutauschen mit Glühbirnen, die die Farbe wechseln können, weil dann kann man sowas hier machen. Alexa, Licht in der Küche auf Rot. Ja, mit so einem roten Licht hat man dann wirklich deutlich spacigere Vibes. Neben Glühbirnen, die die Farben wechseln können, sind natürlich Lichterketten, die die Farbe wechseln können. Auch eine sehr, sehr geile Sache. Direkt hinter mir seht ihr die legendären Nanoleafs, die man auch schon von vielen YouTubern und Streamern kennt. Von allen Produkten, die ich heute vorstelle, ist das das Produkt, das am ehesten einen krassen Disco-Vibe erzeugen kann. Und ich blende euch jetzt hier mal Footage ein, wie das Ganze so aussehen kann. Ja, diese Nanoleafs können wirklich sehr geil zur Musik abgehen, auch auf unterschiedlichste Weise. Man klickt einmal hier drauf und dann ändert sich die die Art, wie die Lichter zur Musik abgehen, immer etwas anders. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Diese Funktion werden viele von euch kennen. Es gibt aber auch einige Nanoleaf-Funktionen, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Die neuesten Nanoleafs haben nämlich Touchscreen. Das heißt, ich kann sie jetzt hier so anfassen und dann leuchtet das immer so weiß auf und das kann wirklich während einem Trip wirklich sehr faszinierend sein, wenn man das macht. Aber auch nüchtern macht das natürlich Spaß. Eine Funktion der Nanoleafs, die aber noch unbekannter ist, ist vermutlich die, dass man damit Spiele spielen kann. Alexa, ich möchte Memory spielen. Es leuchtet. Schauen wir mal, ob ihr hier noch was merkt. Merkt euch die Paare? Merkt euch die Paare? Also es haben da unterschiedliche Farben aufgeleuchtet und manche Farben waren doppelt und dreifach. Und das hätte man sich jetzt merken müssen und das kann man jetzt aufdecken. So, wo sind die? So, hier habe ich jetzt schon das erste Paar gefunden. Hier Orange. Ja, ich habe alle Paare. Ja, aber es gibt auch andere lustige Spiele, zum Beispiel Whack a Mole kann man auch spielen, das ist ein bisschen stressiger. So, da gibt es noch ein letztes erwähnenswertes Spiel. Alexa, ich möchte das Spiel Simon spielen. Bei diesem Spiel werden immer so bestimmte Muster aufblinken und dann muss man sich diese Musker merken. Einmal langdrucken, dann geht es los. Und jetzt hier. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ich finde diese Version der Nanoliv-Lichter so mit am schönsten. Leider haben sie einen fetten Nachfell und zwar sehen sie auf Videos so aus wie Hakenkreuze. Und ich habe wirklich schon sehr viele Kommentare bekommen, als ich die noch im Hintergrund von meinen Videos hatte. Äh, was soll das denn im Hintergrund? Bist du etwa Nazi? Ja klar, klassischer Nazi-Merch. Die Nazis begehen wirklich den Aufwand, wirklich solche Leuchtprodukte herzustellen, weil da ist wirklich ein sehr großer Markt da. Also wer solche Schlussfolgerungen in seinem Kopf ernsthaft gezogen hat, ich weiß nicht. Diese Hakenkreuz-Kommentare gingen mir allerdings mit der Zeit wirklich zu sehr auf die Eier, weshalb ich mir für den Hintergrund meiner Videos diese Nanolivs hier geholt habe. Das ist die neueste Version der Nanolivs, die sind erst vor kurzem rausgekommen. Was besonders an dieser neuen Version der Nanolivs ist, ist, dass sie sich mit unterschiedlichen Formen kombinieren lassen. Außerdem werden sie extrem hell, also wirklich deutlich heller als die alten. So, ich habe jetzt alle Lichter ausgemacht bis auf die Nanolivs und es leuchtet einfach nur ultra krass hell. Also ich denke, in den seltensten Fällen wird man es wirklich auf diese Helligkeit gestellt haben. Neben dem Preis, denn die Nanolivs sind wirklich auch verdammt teuer, haben die Nanolivs noch einen anderen dicken, fetten Nachteil. Und der ist, dass die Dinger wirklich sehr anfällig für Fehler sind. Ich musste insgesamt schon fünfmal solche Control Panels zurück zu Nanoliv schicken, weil sie plötzlich nicht mehr funktioniert haben. Egal welche Resets oder sonst was man probiert hat. Und es kommt hinzu, dass bis heute die Konnektivität mit dem Smart Home System übelst schlecht funktioniert. Also im Endeffekt kann man schon so das Ganze mit dem Smart Home steuern. Aber sau oft, wenn ich irgendwelche detaillierten Einstellungen machen will, steht dann sowas da wie, dieses Nanoliv kann zur Zeit nicht gefunden werden. Nicht verbunden, obwohl das WLAN die ganze Zeit anders und alle anderen Smart Home Geräte keine Probleme haben. Also wenn ihr die Dinger nicht allzu oft mit einer App steuern wollt, können sie wirklich sehr viel Spaß machen und wirklich bei einer Party für eine coole Atmosphäre sorgen. Oder beim Sex. Mein Open Mind Projektor 3000 kennen natürlich viele von euch schon. Manche nennen ihn auch liebevoll den China Projektor 3000. Natürlich kann ich den nicht auslassen in einer Liste von Dingen, die einfach geil sind bei Partys oder Trips. Da muss man auch sagen, dass hier die Smart Home Konnektivität deutlich besser ist als bei den Nanolivs. Ich will nicht sagen, dass es da noch nie zu irgendeinem Aussetzer gekommen ist, aber wirklich deutlich weniger als bei den Nanolivs. Diesen Projektor könnt ihr in meinem Shop kaufen und das ist eine sehr coole Methode, um diesen Kabal hier zu unterstützen. Der Projektor hat inzwischen eine sehr unterhaltsame Verpackung, die ich hier jetzt nicht spoilern will. Also wenn ihr den Projektor erhaltet, werdet ihr definitiv was zu lachen haben. Und um den Kaufanreiz etwas zu erhöhen, habe ich eine Rabattaktion in den angepinnten Kommentar gepostet. Ich finde es wirklich sehr faszinierend, wie dieses kleine Ding ein Zimmer wirklich komplett verändern kann und wirklich für fabelhafte Vibes sorgt. Den vermutlich wichtigsten Aspekt bei Partys und Trips habe ich noch gar nicht besprochen. Und zwar die Musik. Natürlich braucht man bei einem Trip oder bei einer Party die passende Musik. Ich habe jetzt hier irgendwie solche Logitech Boxen am Start. Die sind jetzt nicht so krass, dass ich jetzt sagen muss, ja kauft euch jetzt unbedingt die. Ich bin auch nicht so audiophil, dass ich irgendwie jetzt da hier eine Recommendation geben würde. Es gibt aber eine Recommendation, die ich in Sachen Audio schon machen würde. Das Produkt, was ich euch jetzt empfehlen werde, kam in diesem Video im Grunde schon mehrmals vor. Und zwar könnte ich euch nur sehr ans Herz legen, euch unterschiedliche Alexa Produkte zu gönnen. Viele von euch werden sich jetzt wundern und denken, hä, haben die jetzt so den krassen Klang oder was? Warum empfiehlst du das jetzt in Sachen Sound? Aber hear me out. Hört euch meine Begründung an, warum ich euch das in diesem Kontext empfehle. Die Instinktreaktion bei vielen, wenn man so ein Produkt anspricht, ist natürlich Ah, nee, sowas hole ich mir nie. Da werde ich doch die ganze Zeit abgehört. Aber ich kann euch beruhigen, denn Alexa, hörst du mich ab? Ich wurde so entworfen, dass deine Privatsphäre geschützt wird. Okay, aber im Ernst, euer Handy könnte euch genauso abhören. Ich denke, die Skeptiker unter euch werde ich sowieso nicht überzeugen. Die verpassen dann folgende geile Features. Also Smart Home Steuerung, da wissen ja die meisten Leute, dass das Alexa kann. Eine Sache, die vielleicht ein bisschen unbekannter ist, gewisse Alexa Geräte bieten wirklich sehr, sehr geilen Sound. Besonders der Echo Studio. Wirklich sehr schöner, knackiger Sound, vor allem für die Größe. Ist jetzt nichts für Leute, die absolut auf die krasseste Lautstärke stehen. Also wenn man da voll aufdreht und so ist es jetzt nicht so laut wie bei einer 5000 Watt Bass Machine. Ich sitze in der Bahn und fühle mich tausendmal cooler, denn ich bin es, denn ich bin es, denn ich bin es, denn ich fühle mich cool. Also bei den meisten von euch sollte der Echo Studio in Sachen Klang keine Wünsche offen lassen. Man kann sich aber auch noch einen zweiten Echo Studio holen, damit man daraus ein Stereo-System macht. Preistechnisch ist man bei zwei Alexa Studio allerdings schon bei 400 Euro. Das ist schon ordentlich. Da bekommt man für den gleichen Preis, denke ich, auch schon Systeme mit deutlich besserer Klangqualität. Aber da kenne ich mich jetzt nicht allzu gut aus. Das ist auch nicht bei weitem der Grund, weshalb ich das System so feiere. Der Grund, weshalb ich das System am meisten feiere und es auch hier als Partysystem vorstelle, ist die Multi-Room-Funktion. Also die Funktion, dass man auf jedem Lautsprecher in der Wohnung das gleiche abspielen kann. Also wenn ich jetzt sage, Alexa, spiele Spotify überall. So, ich kann jetzt hier überall hingehen, egal in welchem Zimmer ich bin, überall kommt der Song. Also bevor ich dieses Multi-Room-System hatte, war es halt häufig so, dass ich am Trippen war und im Wohnzimmer kam die Musik und dann bin ich vielleicht mal kurz rüber in die Küche gegangen, um nur was zu holen. Und da kam hier dann die Musik nicht und da habe ich dann direkt übelst die Vibes verloren, weil es hier so viel ruhiger war. Viele von euch werden jetzt sagen, hä, aber es gibt doch viele Multi-Room-Lautsprechersysteme, aber das was bei Alexa, soweit ich weiß, relativ einzigartig ist, ist, dass man da halt an die Geräte Lautsprecher anschließen kann. Das heißt, hier habe ich ein relativ günstiges Alexa-Ding und kann da halt jetzt wirklich einen deutlich krasseren Sound anschließen, so quasi, dass ich so mit jedem beliebigen Soundsystem ein Multi-Room-Setup machen kann. Da kann ich, was ich in dem einen Zimmer, ein krasses Bose-Soundsystem haben und im anderen Logitech, wie auch immer, ist jetzt nicht so wie bei Sonos, wo man dann sich explizit so ein Sonos Multi-Room-System einrichten muss und nicht irgendwie zwischen unterschiedlichen Marken variieren kann. Und die Sprachsteuerung von Alexa kann wirklich während eines psychedelischen Rausches sehr hilfreich sein, wenn man jetzt nicht mehr ein Handy oder einen Computer gescheit bedienen kann. Ich kann zum Beispiel einfach sagen, Alexa, Party! Und schon sind wir hier im Party-Modus, die Beleuchtung wurde angepasst, die Musik ging an. Ach, und für die Leute, die bereits ein Alexa zu Hause haben und sich wundern, warum einige Befehle, die ich hier in diesem Video gebe, bei Ihnen nicht funktionieren, Das geht alles über die Routinenfunktion. Da kann man im Grunde alle beliebigen Befehle selbst einstellen. Auch eine sehr interessante Option in Sachen Sounds sind solche Kopfhörer hier von BeatFox. Da kann man in Kombination mit so einer Funkstation eine richtige Kopfhörer-Party machen. Also alle haben diese Kopfhörer auf und es hören die gleiche Musik. Ist vielleicht besonders interessant für Leute, die irgendwelche strenge Nachbarn haben, wo man ab 10 Uhr keine Musik mehr machen kann. Und da ist natürlich dann alles komplett silent. Was an diesen Kopfhörern allerdings ultra nervt, ist, wie schnell da der Akku leer geht. Bei der Produktbeschreibung steht, dass der Akku irgendwie 8 bis 12 Stunden hält. Teilweise hält er nur 2 Stunden. Keine Ahnung, ob alle 3 Kopfhörer, die ich gekauft habe, irgendwie defekt sind. Bei mir halten die aber wirklich nur sehr kurz. Aber ansonsten vielleicht eine interessante Überlegung für den einen oder anderen. In meiner Küche gibt es hier neben einem weiteren Nanoleaf einen weiteren sehr coolen Einrichtungsgegenstand, beziehungsweise Gegenstände und zwar Pappen. Also die Dinger, die sonst mit LSD beträufelt sind. Also da auf diese Pappen tut man LSD drauf, für die, die sich da jetzt nicht so auskennen. Die sind natürlich komplett ohne irgendwelche Substanzen drauf. Wer völlig bescheuert sich, das einfach hier hinzuhängen. Und an dieser Stelle dickes Dank an den Tripdealer. Also der hat mir diese ganzen Dinger kostenlos geschickt, dass ich sie hier auch in dem Video zeigen kann. Und ich wollte die auch sowieso mir holen. Also checkt ihn auf jeden Fall in der Videobeschreibung ab. Aber ich möchte hier nochmal betonen, das ist wirklich völlig legal. Da ist keine Substanz drauf, sondern das sind eben nur die Dinger, wo man sonst die Substanzen drauf tut. Aber es ist wirklich nur komplett normale Pappe. Das hier ist mein Lieblingsmotiv. Da bekomme ich immer einen Harten, wenn ich das anschaue. Das ein oder andere Gesellschaftsspiel am Start zu haben, ist natürlich auch immer eine sehr tolle Sache. Während einer Party oder einem Rausch. Dazu mache ich aber nochmal ein separates Video, wo ich euch vorstelle, welche Spiele hier am ehesten geeignet sind. Besonders in einem Party-Setting. Aber vielleicht könnt ihr ja da schon mal eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Für dieses Video habe ich euch auch gefragt, was eure besten Einrichtungstipps für Trips und Partys sind. Und eine der häufigsten Antworten war Pflanzen. Also gönnt euch Pflanzen. Ich habe mir sogar diese Pflanze extra für dieses Video gekauft. Online bestellt. Ja, man kann Pflanzen auch online bestellen. Eine Empfehlung aus der Community war auch künstlicher Efeu. Das habe ich hier mal so ausgetestet. Können wir ja selbst beurteilen, ob ihr sowas haben wollen würdet. Und so einen Aroma-Versprüher habe ich mir auch vor einiger Zeit gekauft, weil ich mir dachte, das könnte während einem Trip richtig geil sein, wenn man plötzlich was Interessantes riechen will. Aber ich muss sagen, das ist wirklich nie im Einsatz. Also das müsst ihr euch jetzt nicht holen. Also ihr müsst euch gar nichts holen, aber das erst recht nicht. Diese Dinge erinnern natürlich sehr an die Nanoleafs, die ich vorher gezeigt habe. Natürlich sind die deutlich kleiner und deutlich billiger. Aber man kann sie sogar auch mit Touchscreen bedienen und die sind sogar äußerst responsive. Ich würde sogar sagen, dass sie besser reagieren als die teuren Nanoleafs. Aber abgesehen von der Größe muss man hier auch Abstriche machen in der Smart-Funktion. Also die sind 0,0 Smart und können auch nicht zur Musik abgehen, sondern entweder einfarbig leuchten oder so durchswitchen zwischen den unterschiedlichen Farben. Es gibt theoretisch schon welche mit Smart Home-Funktion, aber die App und alles funktioniert extrem schlecht. Da muss man eine richtig weirde App runterladen. Wenn es da mal eine bessere Alternative gibt, werde ich die in meinem Shop anbieten. Also hier vielleicht noch ein bisschen warten auf solche Dinge, bis ich die geil in meinen Shop packe. Auf einer Party wird es ja auch häufig sehr dreckig. Da kann ein Staubsauger-Roboter sehr die Arbeit erleichtern. Es gibt auch hier wieder coole Befehle, mit denen man ihn aktivieren kann. Alexa, staubsaugen! Ja, ich putze dir schon so dumm, soll ich lieber noch auf meine Schwimspitze und schlüpfe auf meine Schwimspitze. Diese Staubsauger-Roboter reinigen natürlich nicht so gut wie Menschen. Ab und so muss man da also selbst auch Hand anlegen, besonders wenn man jetzt eine Party hatte, wo überall Bier ausgeschüttet wurde. Da bringt so ein Roboter vermutlich wenig. Was an diesen Robotern auch immer ein bisschen nervig ist, ist, dass sie überall hängen bleiben oder an sehr vielen Orten. Ich habe mir sogar extra so einen geholt, wo man so eine gewisse Zone einzeichnen kann, dass sie dann eventuell nicht an die Stellen hinfahren, wo sie immer hängen bleiben. Aber das bringt irgendwie auch nichts, weil der irgendwie ständig vergisst, in welchem Raum er ist. Und dann muss ich eigentlich bei jedem Reinigungsvorgang neu einzeichnen, wo er nicht hinfahren darf. Und die App ist überhaupt nicht der Schrott. Eine Sache, die man auf keinen Fall unterschätzen sollte, sind Vorhänge. Ich habe mir jetzt hier so Trippy-Sternen-Vorhänge gekauft. Aber auch unabhängig von eurem Motiv solltet ihr auf jeden Fall etwas haben, wo ihr euren Raum vor Sonnenlicht schützen könnt. Denn wenn ihr noch so am Drufen seid und dann kommt schon das erste Sonnenlicht rein, das kann einfach nur übelst stören und den kompletten Vibe kaputt machen. Und ich habe hier sogar einen doppelten Schutz. Hier ist nämlich noch ein Rollo und eine Sache, die sehr cool ist, ist es auch ein Smart-Rollo. Also ich kann jetzt hier sagen, Alexa, lass mich pennen. Dann geht das Licht aus und dieser Rollo fährt runter. Wenn man eine Party macht, ist es natürlich sehr von Vorteil, wenn man unterschiedliche Schlafmöglichkeiten für die Gäste zur Verfügung hat. Zum einen natürlich eine Couch, die ist meistens vorhanden. Aber ich habe auch immer für Gäste hier ein aufblasbares Luftbett, wo sie drauf schlafen können. Und wo wir gerade schon bei Schlafgelegenheiten sind. Im Open Mind Shop gibt es jetzt seit kurzem dieses geile Acid Monster Kissen. Und ich muss sagen, das ist wirklich ultra bequem. Und das ist kein Scherz, das ist eigentlich das Kissen für die Couch. Aber ich hole es fast jede Nacht rüber ins Bett, damit ich mit diesem Kissen schlafen kann. Ich wohne in einer bescheidenen 55 Quadratmeter Wohnung. Irgendwann, wenn ich in einer größeren Wohnung wohne, werde ich hier nochmal ein Update Video machen, wo ich bestimmt eine noch spektakulärere Einrichtung zum Trippen erbaut habe. Ich kann euch natürlich nur wärmstens empfehlen, euch was im Open Mind Shop zu gönnen. Da gibt es nicht nur den Epic Open Mind Projektor 3000 oder dieses sehr bequeme Kissen. Es gibt vielen weiteren nicen Scheiß, viele geile neue Merch Designs. Der Shop wurde auch komplett renoviert. Das heißt, es ist eine deutlich geilere Einkaufserfahrung. Organisatorisch haben wir da auch einiges verbessert, sodass bereits wenige Sekunden nach der Bestellung die Lieferung bei euch zu Hause ankommt. Okay, ganz so krass noch nicht, aber ein bis drei Tage braucht es in der Regel, bis die Lieferung zuverlässig zu euch nach Hause geliefert wird. Durch einen Kauf supportet ihr diesen Kabal. Ihr supportet dadurch aber auch euch, dadurch, dass ihr euch was Geiles gönnt und euer Leben dadurch deutlich geiler macht. Durch ein geiles Produkt im Open Mind Shop. Abonniert diesen Kabal. Bis zum nächsten Mal. Peace.